Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, hier begrüßt euch zum Eurotrack Simulator 2 und was sehen wir hier? Ja, was sehen wir? Ja, heute läuft wieder der Multiplayer für den Eurotrack Simulator 2 und ihr wolltet ja natürlich wissen, wann geht es ungefähr weiter hier mit dem Multiplayer in der Version 1.27 und jetzt sind wir auf jeden Fall so weit, wo wir sagen können, ja die haben sich auf jeden Fall ziemlich lieb, ja, dass wir jetzt endlich wieder den Multiplayer spielen können. Das wollte ich euch einfach nur sagen für diejenigen, die es nicht abwarten können oder nicht auf die offizielle Seite, die wir hier unten nochmal verlinken, reingucken, wann der Multiplayer losgeht. Ich bin jetzt momentan hier auf dem Euro 2 Server, normalerweise ist der Maximus ja nur auf dem Euro 1 Server unterwegs, oh hier geht es auch schon wieder richtig los, oh je, oh je, oh je, der Maximus muss sich wahrscheinlich jetzt schnell auslocken. Ja, das kann durchaus sein, dass wir die nächsten Tage vielleicht am Freitag eine kleine Tour im Multiplayer machen. Dann schreibt es unten in die Kommentare oder gebt dem Video einfach einen Daumen, dass ich weiß, ja, ihr wollt auf jeden Fall den Multiplayer wieder sehen auf dem Kanal von Maximus. Ich danke nochmal an Zilkrum, dass er mir die Informationen so schnell wie möglich per E-Mail zukommen ließ, dass ich euch heute nach der Arbeit, wenn gerade von Arbeit gekommen, dachte mir, hey, komm, ich mach schnell mal ein Infovideo, dass ihr Bescheid wisst. Also, lange Rede, gar keinen Sinn, wir machen jetzt hier einfach mal einen Fisch und die haben auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Wir werden uns natürlich die nächsten Tage dann bald sehen, hier im Multiplayer und mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye, bye. Bis zum nächsten Mal.